Es gibt zwei Gründe, keinen Blog zu haben. Das erste ist, deine Zielgruppe ist nicht online und das zweite ist, du hast keine Lust auf Schreiben. Aber so diese langfristige Sichtbarkeit, die du ja haben möchtest, die bringt dir ein Blog sehr viel besser. Ein Blog ist so viel Arbeit, weil wir müssen uns immer fragen, im Vergleich wozu ist es viel Arbeit? Dass ein Blogbeitrag eigentlich dafür, was er leisten kann, gar nicht so viel Arbeit ist. Schreibt doch Artikel, die euch leicht von der Hand gehen. Lieber seltener bloggen, aber dafür regelmäßiger. Du musst halt auch regelmäßig Promotion dafür machen. Das dauert schon ein bis, manchmal vielleicht zwei Jahre, bis das wirklich so anzieht, dass du auch wirklich gefunden wirst. Und im Endeffekt sind die Dinge, die schief laufen, die, aus denen ich am meisten gelernt habe.